GEDA Battery Ladder Lift Während der Bau- und Reparaturarbeiten müssen Handwerker täglich schwere Baustoffe in großen Höhen heben. Normale Hebevorrichtungen, die diese Aufgabe erleichtern sollen, sind häufig groß, unpraktisch und teuer. Aus diesem Grund hat das deutsche Unternehmen GEDA einen Aufzug entwickelt, der an der Trippe befestigt wird und keinen zusätzlichen Platz beanspricht. Der GEDA Akkuleiter Lift ist ein kompakter Aufzug zum Transport verschiedenster Materialien. Das Gerät ist zum Heben von Schuttgütern und flüssigen Baumaterialien, Blöcken und Platten mit einem Gewicht von bis zu 120 kg ausgelegt. Die maximale Hubhöhe beträgt 10 m. Dabei geht es per Knopfdruck von 0 auf 15 m pro Minute. Die praktische Funkfernbedienung versetzt den kompakten Transporthelfer in Bewegung, wodurch eine hohe Produktivität erreicht wird. Es entsteht auch kein Kabelsalat. Der Akkuleiter Lift eignet sich für unterschiedlichste Zwecke, vom Bau bis zur Restaurierung. InnovaTools Multi-Trovel Die Vielseitigkeit des folgenden Werkzeugs kann die Geschwindigkeit von Bau- und Reparaturarbeiten erheblich verbessern. Vor allem dann, wenn aufwendige Oberflächen mit vielen Biegungen bearbeitet werden müssen. Die Multi-Trovel der kanadischen Firma InnovaTools ist ein Spatel, der seine Form ändern kann. Die Arbeitsfläche ist über vier Metallelemente mit dem Griff verbunden, deren Position einstellbar ist. Somit wird die Form an die Form der zu behandelnden Oberfläche angepasst. Ob ein Halbkreis, ein gerades Rechteck oder eine Neigung, die Entscheidung liegt beim Handwerker. Der Hersteller bietet Klingen in verschiedenen Größen mit runden oder scharfen Kanten an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Glas, Blech, Platten Glas, Blech, Platten All dies sind Baumaterialien mit übergroßen Abmessungen, hoher Zerbrechlichkeit und stünnenscharfen Kanten. Der Transport solcher Baustoffe erfordert daher die größte Vorsicht. Dafür eignet sich kein besseres Gerät als dieser Plattenträger. Dies sind spezielle Halter für flache, unbequeme Materialien. Der Hersteller, das Unternehmen IQ Tools bei Schweiger, bietet eine breite Palette mit unterschiedlichen Gewichten und Sticken. So ist der kleinste Halter für Bleche mit einer Dicke von 0 bis 40 mm geeignet. Einer der größten ist für Bleche mit einer Dicke von bis zu 120 mm geeignet. Die Tragfähigkeit beträgt 100 kg. Der gummierte Griff sorgt für zusätzliche Stabilität. US Source Core Easy Hier könnt ihr sehen, wie eine Kernbohrung erfolgt. Diese Geräte vereinfachten und beschleunigen den Vorgang. Als Arbeitswerkzeug dient ein Diamantbohrer. Während der Drehung beißt er in das Material. Die Zerstörung erfolgt jedoch nicht an einer Stelle, sondern entlang des Rings. Somit bleibt der inneren Teil intakt. An der Baustelle bildet sich ein flaches, rundes Loch. Es gibt verschiedene Arten der Kernbohrung. Im Alltag handelt es sich dabei meistens um Bohrungen, die für die nachträgliche Durchführung von Leitungen, Rohren und ähnlichem Zweck erforderlich sind. Das Core Easy-Bohrsystem von US Source wird in der Mitte des Kerns befestigt, wodurch die Möglichkeit einer Verschiebung verringert wird. Die Ausrüstung ist kompakt und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Wie ihr seht, kann sie auch Metall sägen. DeWalt DCE 15-1 TD1 Wenn man die Isolierung von Drähten oder Kabeln in kurzer Zeit entfernen muss, eignet sich dafür ein elektrischer Abisolierer am besten. Zum Beispiel dieser von der Firma DeWalt. Das Modell wird in einem Koffer mit 20 verschiedenen Aufsätzen geliefert. Sie erweitern die Fähigkeiten des Werkzeugs, sodass der Abisolierer mit Kabel mit einem Durchmesser von 6 bis 750 mm arbeiten kann. Das Gerät ist absolut sicher. Es geht sehr vorsichtig mit der Metallführung des Kabels um. Für den Bediener besteht keine Verletzungsgefahr. Dieses Modell gehört zur 20V Max XR Serie von schnurlosen Werkzeugen und bleibt sehr lange leistungsstark. Die Entwickler bezeichnen dieses Tool als den Hammer des 21. Jahrhunderts. Dieses Werkzeug hat aber wenig mit den Hämmern zu tun, die die Leute zuvor benutzt haben. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass das Werkzeug ein Transformator ist. Beim Öffnen verwandelt er sich in eine Halterung mit entsprechenden Funktionen. Der Winkel zwischen den Griffen wird fixiert, damit es als Messgerät verwendet werden kann. Wenn man auf den Mittelpunkt drückt, wird ein Werkzeug vom anderen gelöst. Auf diese Weise stehen dem Handwerker sowohl der Hammer als auch das Hebeleisen zur Verfügung. Die Öffnung, mit der die Teile verbunden werden, kann wie ein Schraubendreher verwendet werden. Das Tool kostet ab 55 US-Dollar. Bohrloch-Markierer Ruby Bei der Installation von Küchen und Bädern müssen Handwerker oft extrem präzise arbeiten, wenn sie die genaue Position von Löchern von der Wand auf die Keramikfliesen übertragen. Das folgende Tool erspart Kopfschmerzen und ermöglicht es, dies schnell und mühelos zu tun. Der Ruby-Bohrloch-Markierer kopiert und überträgt die Position der für Rohre und Anschlusskästen erforderlichen Bohrungen von der Wand auf die Fliesen zum späteren Schneiden oder Bohren. Die maximale Werkzeuglänge beträgt 65 cm, sodass man mit Fliesen nahezu jeder Größe arbeiten kann. Probst FX AH 120 Wir haben heute schon über Baumaterialien gesprochen, die schwer zu transportieren sind. Das betrifft nicht nur Metallbleche. Schaut euch zum Beispiel diese schweren, sperrigen Platten an. Es ist sehr schwer, sie anzuheben und von A nach B zu transportieren. Außerdem riskiert der Bediener seine Gesundheit. Der FX AH 120 von Probst ist daher ein Muss auf der Baustelle. Das ist ein Vakuum-Handverlegegerät. Er wird auf eine Platte aufgelegt und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum wieder gelöst. Der Griff ist in zwei Versionen erhältlich, zum alleinigen Tragen oder für zwei Personen. Es ist erstaunlich, aber die Tragfähigkeit des Werkzeugs beträgt 120 kg. Kein Vergleich zur manuellen Arbeit. Probst SV20 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist Zeit, das hierhin aufzuladen. Willkommen bei Braintime Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft Wissenswertes über Natur und Tierwelt Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen